Herzlich willkommen zurück. Die Hockey-Frauen vom Bietigheimer HTC haben es doch tatsächlich geschafft. Der 2 zu 0 Sieg gegen Eintracht Frankfurt bedeutet gleichzeitig den Aufstieg in die erste Bundesliga. Vor der Saison ist Bietigheim erst in die Regionalliga aufgestiegen und macht mit dem siebten Sieg im achten Spiel den Durchmarsch perfekt. Ebenfalls Grund zum Jubeln gab es bei den deutschen Judo-Einzelmeisterschaften. Dort holt sich die Backmangerin Katharina Menz ihren sechsten Titel in Folge. In der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm setzt sich Menz im Finale gegen Mira Ulrich aus München-Gladbach durch. Die Bronze-Medaille sichert sich Helena Grau, ebenfalls von der TSG Backner. Für die Marktstarterin Katharina Menz ein perfekter Start ins wichtige vorolympische Jahr. Ja, auf jeden Fall, ebenso kann man auf jeden Fall sehr gut starten. Und jetzt kommen in nächster Zeit auf jeden Fall nochmal viele Turniere. Und ich hoffe, dass es bei denen genauso gut machen kann wie hier und ich die Quali für nächstes Jahr in Tokio schaffe. Und ich hoffe, dass es bei denen auch die Zeit in Tokio scharbe. Sohn